Ähm, ähm, hallo Freunde! Ist ja unglaublich. Damit geht's echt am besten. Was schießen die? Die schießen doch bestimmt. Ich schieße da mal vorsichtshalber hin. Ja, die, die würden normal schießen. So. Dann schieße ich dich auch nochmal ab, weil ich's kann. Hui! Ich glaube, vier Raketen kriegen wir. Jau. Wollen wir mal weiterlaufen? Ich hab ja alles gesammelt, von daher, wir müssen ja eigentlich nur noch zum Ziel kommen. Die Frage ist, wo kommen wir hin? Ich hör hier ein Geräusch. Hier muss das Portal irgendwo... ...in der Nähe sein? Oh oh. Da unten. Da ist noch irgendwas. So. Jetzt schieße ich dich mit Pfeilen ab. Ob's dir passt oder nicht. Boah, wie viel hält der aus? Das ist manchmal echt ein bisschen viel... Chronozepter? Ah ja, stimmt. Das hat noch gefehlt. Das Chronozepter-Teil hat noch gefehlt. Wir haben's jetzt auch. Oh, wir haben's alles. Wir haben wirklich alles jetzt gefunden. Was man so finden kann. Wir müssen halt dann nur noch in Level 8 den letzten Rest finden. Chronozepter, war das nicht ne Waffe? Ich glaube, ja. Ich weiß es nur nicht mehr aus dem Kopf. Oh nein. Na. Das Ding hält ne Menge aus. Verlieren die eigentlich auch Energiezellen? Irgendwie nicht. Nehmen wir mal Granaten. Juhu. Na. So, das ist jetzt auch gegessen. Ich hol mir mal schnell den Granatenwerfer wieder. Äh. Okay. Danke, dass du mich... Was? Was? Uhuhu. Ist er weg? Ja, er ist weg. Da ist er jetzt. Hui. Manchmal ist es ein bisschen nervig. Aber nur ein bisschen. Ah, die jagen sich immer in die Luft. Mach's gut. Und jetzt? Da ging es runter. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Unter dem Wasserfall ist nix. Ist hier auf der Seite irgendwas? Nö. Das heißt also, wir müssen hier runterspringen. Aber vorerst... Feuer! Yay! Ui, das Ding haben wir zerteilt. Voll gut. Ui! Ui! Guten Tag, der Herr! Der ist auch zerteilt. Mal sehen. Gibt's hier... Oh, da gibt's Tech-Pfeile. Die brauchen wir. So, jetzt noch mal tauchen. Hier gibt's noch ein paar Raketen. Wie ich's mir schon dachte. Da gibt's auch noch welche. Was gibt's hier? Gibt's hier wieder Tech-Pfeile? Yo! Können wir gebrauchen. Hoffe ich. Ne, wir sind voll. So, dann machen wir hier mal die Tür auf. Ah, ja. Da ist sozusagen der Endgegner für dieses Level. Also. Bis zum Portal. Wohl bemerkt. Ich könnte mir vorstellen, dass hinter dieser Tür noch jemand auf uns lauert. Nein! Es lauert keiner? Wie geil ist das denn? Wir haben's alles! Oh! Oh! Speichern. Sofort speichern. Oh, yeah! Wir können in die Mitte. Okay, packen wir mal alle Steine rein. Huh! Ähm. Okay. Willkommen im letzten Level von Turok. Also, unsere Reise ist jetzt auch bald schon wieder vorbei, wie man sieht. Wir sind echt gut. Oh, nein! Jetzt will mich das Spiel echt ärgern. Na, los! Oh! Wie verhält denn der aus? Äh, ja. Das ist jetzt natürlich echt etwas ungünstig, weil ich mir selbst Schaden zugefügt habe. Aber dann machen wir das eben mal so. Was? Der Steak schießt auch schon. Okay. Gatling. Ja! So, was verliert der? Der verliert Raketen. Hätte ich mal mit Raketen geschossen. Weißt du was? Ich benutze jetzt Raketen. Feuer! Da auch noch mal. Okay, man trifft nicht immer. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Weil die so jetzt streuen, ne? Wow. Ernsthaft? Haben wir nicht schon genug von denen gehabt? Okay, das Level, das ist jetzt härter als die anderen, die wir vorher hatten. Ich geh mal hier rein. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Äh. Geht's hier weiter? Hallo? Die Roboter! Die Roboter! Bist du denn bekloppt? Ähm. Ich will gerade mal so viel sagen. Diese Gegner, die jetzt hier rumlaufen, das sind die, die man in der geschnittenen Version immer begegnet ist. Das war dann statt die Menschen kamen dann nämlich die. Nein, das hat ja funktioniert. Irgendwie gar nicht. Mach's gut! So. Ich möchte natürlich dem Ganzen noch auf den Grund gehen. Wir müssen immer noch einen Teil finden. dafür muss ich hier rüberspringen und rüberspringen. Äh. Okay. Ich glaube, ich hätte hier wirklich nicht hingemusst. Aber es gibt hier ein Ultraleben. Und ein Gegner! Gratis dazu. Aber es hätte ja sein können, dass hier das letzte Chronozepter-Teil wäre. Oh, oh, oh. Uns fehlt also nur noch dieses eine Chronozepter. Huiuiui. Na gut. Dann lass uns mal hier reingehen. zu den Robotern. Wir müssen immer noch ein Porta- Wow! Ja. Ihr wart sonst immer die Gegner. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht gleich den richtigen Weg. Ich gehe bestimmt gerade den richtigen Weg. Ähm. Musik ist schon mal nicht schlecht. Da geht's irgendwo hoch. Oh! Überfall! Kommando. Bämst! Das sieht schon irgendwie sehr beeindruckend aus. Und jetzt gehen wir in die Richtung. Und, äh, ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber die Roboter halten auf jeden Fall nicht viel aus. Hi! Okay. Mann. Pinky Bruder war das gerade. Hä! Ist der da gerade runtergesprungen? Ich gehe da mal eben rein. Okay. Was ist das? Ich würde es, glaube ich, gar nicht wissen. Oh! Wir sind schon wieder voll. Aber Munitionsvorräte müssen wir noch auffüllen. Hupsah! Und hier rüber. Ist der oben was? Nö. Das sammeln wir ein. Da ist nix. Wow! Beine abgestürzt. Ist hier noch irgendwas? Ja, Raketen. Kann ich mir mal eine von mitnehmen? Wir laufen ja... Okay. Eigentlich so gut es geht, nur im Kreis. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt, irgendwas. Nee, eigentlich gibt es hier tatsächlich nur Leben. Das Chronocepter ist, glaube ich, nicht in diesen Räumen. Boah. Mist! Du triffst mich zu viel. Äh. Ho! Der ist put. Ich gehe jetzt erst mal links. Ui, was ist da denn gerade in die Luft geflogen? Okay. Das hat ja schon mal irgendwie geklappt. Wow! Ich gehe da mal hoch. Hi! Kumpel. Boah, ich bin gerade echt... Ich bin gerade echt angespannt! Okay, der jagt sich auch in die Luft. Hört auf damit! Jagt euch zu nicht alle in die Luft! Ihr wollt auch ehrenvoll sterben. Und nicht im Selbstmord. War's das? Hier gab's nix? Okay. Aber man merkt schon mal, das Spiel ist hier ein bisschen härter geworden. Die sind schon mal gut gelaufen. Das freut mich jedenfalls schon mal. Warte mal. Leben muss ich, glaube ich, mitnehmen. Genau. Reichte das schon? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal das hier gleich auch noch mit. So. Da gibt's Munition. Ah, wir sind jetzt mittlerweile mal voll. Ich laufe jetzt hier mit dem Impulsgewehr lang. Hallo! Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, diese Roboter, ich sag mal, das ganze Spiel übergesehen zu haben. Und hier tauchen sie einfach mal regulär auf. Boah! Okay, da kommt eine Rakete. Ich geh mal da in das Portal. Was gibt's hier? Einfach nur mal umgucken. Mist. Die fahren runter. Okay, hier muss man sich tatsächlich ein bisschen beeilen. Raketenwerfer. Sehr schön. Da gibt's Granatenwerfer, Muni. Kann ich nur grad nicht gebrauchen. Hier gibt's wieder die Schockwellenwaffe. Die müssten wir eigentlich auch mal ein bisschen häufiger benutzen. Was ich nur ein bisschen schade finde, dass wir für unsere Fusionswaffe, oder wie die heißt, nichts mehr gekriegt haben. Juhu! Ich geh hier mal eben gerade durch. Okay. Ich muss mal den Raketenwerfer ausstatten. So. Das hat geklappt. Next one. So. Zerfetzt hab ich euch. Jetzt fahren diese Teile darunter? Sektor 1, Sektor 2. Was hat das hier mit dem auf sich? Ist das da Geheimweg? Wir gucken einfach mal. Okay. Es ist kein wichtiger Weg. Kann ich schon mal festhalten. Ach, ich dachte schon, das sah irgendwie aus, als ob da eine Tür wäre, aber ist es nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hoah! Juck, juck, juck. So, das haben wir. Nein, 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 nein. Oh. Ich schieße erst mal in die Luft. Noch einer. Was ist denn das? Äh. Da gibt's die Fusionswaffe. Da gibt's wieder die Schockwellenwaffe. Hier gibt's einen Granatenwerfer. Raketenwerfer. Ich muss, kann da auf jeden Fall irgendwo rein. Da muss ich irgendwie nach oben. Ähm. Warum hält der das aus? Warum? Okay, er ist tot. Das ist ja ein bisschen verwirrend. Hoah! Nicht du! Was gibt's denn hier? Lift 2. Okay. Rakete. Feuer. Die Gegner hier halten echt ein bisschen mehr aus. Ähm. Schock! Gute Nacht. Achso, ich muss hier rein. Okay. Hoah! Tschüss! Äh. Na gut, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Kommt der Fahrstuhl mal wieder runter? Hallo? Ah, geht doch. Fährt der Fahrstuhl einfach ohne mich hoch? Guten Tag. Was ist denn das? Okay, das ist ja nicht mal ein Teleporter. Ah! Ähm. Kann ich hier irgendwas aktivieren? Warum kann ich hier so ein... na toll? Ich verstehe grad nicht, warum ich hier so einen langen Weg gehe. Ah, jetzt hört's auf. Jetzt bin ich wieder in der Höhle. Ha! Ah! Unfassbar. So, wo ist das Chronozept da? Ah, hier geht's runter. Lift 1 bestimmt. So, mal abwarten, was jetzt passiert. Ich höre hier was springen. Ha! Okay. Hier sind sie alle zu Hause, habe ich so das Gefühl. Könnte es sein, dass wir jedem Gegner hier nochmal begegnen? Das wäre ja irgendwie cool, wenn das so wäre. Oh, Backe. Da ist das pure Böse. Hallo, pures Böse. Ho! Ja, es hat geklappt. Mist. Und Jump! Da ist ein Knopf. Ho! Mist. So! Was macht der Knopf? Leider weiß ich es nicht. Ah, der Knopf hat die Tür geöffnet. Boah! Was? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Habt ihr das gerade mitgekriegt? Irgendwie hat gerade mein... Mein... Ich will jetzt nicht sagen, ähm... Weil sonst reagiert das gleich wieder. Alexa, warum hast du reagiert? Das ist ja schön, dass du keine Antwort hast. W-was? Das ist ja noch nie passiert während der Aufnahme. Ich habe das Ding ja jetzt schon ein paar Jährchen... Ein paar Jährchen vor allem. Ein paar Monate und... Es ist... Hä? Wie komme ich da jetzt hoch? Da komme ich nicht hoch. Hä? Was ist denn das für eine Kacke? Das müsste eigentlich von der Position aus gehen. Geht das auch. Man muss nur... Man muss nur gut genug sein und die Skills dafür haben. Geht Alexa einfach in der Aufnahme los? Bist du bekloppt? Jetzt habe ich den Namen wieder gesagt. Stopp! Sonst hätte sie gleich wieder was gesagt. Oh nein! Okay, der geht ja noch. Viel schlimmer ist der Typ. Ich bin jetzt natürlich hier runtergefallen. War das jetzt schlecht? Hätte ich gerade ausgemusst, um das letzte Kronocepter-Teil zu bekommen? Fragen über Fragen. Ich glaube, es wäre tatsächlich einfacher, wenn wir das hätten. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Huh! Wieder eine Tag-Rüstung. Wie viel man noch jetzt hier bekommt? Huh! Nein! Ich stolze natürlich ab, weil ich so gut bin. Tag-Pfeile. Wum! Jetzt bin ich hier drüben. Hier kommen doch bestimmt wieder Gegner. Oh nee! Sag mal! Willst du mich eigentlich verarschen spielen? Überall sind hier irgendwelche Falltüren. Wah! Okay. Hier hätte ich nicht reingemusst. Wir. Wir.